Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es neuen SPC-Content, es ist Dienstag, wir haben heute neue SPCs und unter anderem die Saudi-League TOTS Upgrade SPC. Wir wollen heute versuchen und zwar Ronaldo CR7 zu ziehen in mehreren von diesen Packs. Außerdem die TOTS Anmelde Upgrade SPC läuft jetzt noch zwei Tage und Vincenzo Grifo ist die Spieler SPC für den heutigen Tag. Alles gemeinsam schauen wir uns wie jeden Tag hier auf dem Channel an, bevor wir aber rein starten in das Ganze. Falls ihr euch unterstützen wollt, dass ich täglich für euch am Start bin, dann nehmt euch kurz die eine Sekunde Zeit. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, das wäre extrem nice. 500 Likes gebe ich wieder als Likes hier raus. Falls ihr neu sein solltet, gerne die Glocke auch kostenlos aktivieren und wie immer eure Packpuls und Co. Alles runter reinschreiben in die Kommentare. Freut den Algorithmus und ich freue mich immer alles durchzulesen. Sehr, sehr nice immer. Also in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir rein in das Ganze und fangen wir jedes Mal erstmal in aller Ruhe sozusagen mit der Anmelde Upgrade an. Gestern sind wir in einige von den 81x11ern und in die Bundesliga Upgrades reingegangen. Haben noch nicht viele gesehen, ich werde es euch nachher nochmal in die Endcard reinballern. Freunde, da waren Packs dabei. Geisteskrank. Also, jetzt aber erstmal hier täglich der TOTS Anmelde Upgrade SPC. Falls ihr das vergessen habt, definitiv jetzt noch machen, Freunde. Direkt am besten parallel an die Konsole, ans Handy gehen. Holt euch dieses 81 Plus Pack für den Bronze Spieler. Das ist ein sehr, sehr guter Trade. So, das machen wir gleich auf. Außerdem noch 10 Münzen Pack nachher am Start. Das auch nicht zu vergessen. Ihr seht also vollgepacktes Video. Lebt euch zurück. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken und dann gehen wir rein. Also, Saudi-TOTS Pack, Freunde. Da sieht es wie folgt aus. Vier Tage ist dieser SPC da und wir müssen abgeben. Und zwar einen, ich habe erst gedacht 83er, es ist aber ein 84er. Es ist ein 84er Creator Squad. Liegt natürlich unter anderem daran, dass wir, ja, CR7 mitziehen können. Und das ist hier auch nochmal in der Beschreibung bestätigt. Also, wir können sowohl TOTS als auch TOTS Moment Spieler aus eben dem Saudi-League-TOTS ziehen. Das war ja meine Angst, dass wir quasi, ja, CR7 gar nicht ziehen können. Wäre auch böse gewesen. Aber dementsprechend 84er-Gewager-Squad. Was sagt ihr? Ist es gerechtfertigt? Ist es okay? Preis-Leistungsmäßig? Ich sage definitiv ein Win. Das ist auf jeden Fall eine Top-SPC. Preislich gesehen, könnt ihr da gar nichts falsch machen auf die Chance. Die Chance ist da, ein CR7 zu ziehen und die solltet ihr euch definitiv nicht entgehen lassen. Also, TOTS Pack Nummer 1 schon mal hier ready gemacht. Dann kurz zu der Grifo-SPC. Da sieht es wie folgt aus. Und zwar bringt er mit, vier Sterne, vier Sterne. Erstes Upgrade da am Start. Wir haben LM, wir haben Hoch-Hoch-Arbeitsraten. Und wir haben eine Grifo-Karte, die sowohl auf der linken Seite, linke Außenverteidiger, LM und linker Flügel spielen kann. Er kann aber auch Z-OM spielen. Und dann natürlich Italien, Freiburg und Bundesliga-Link. Ich denke, dass die TOTS-Karte definitiv verdient ist. Und dann haben wir sehr, sehr nice Stats. Vor allen Dingen sehr, sehr gute Pass-Stats. 91 passen, 99 Flanken, 98 Freischusspräzision, 97 EFE. Sehr gute Schuss-Stats. Tempo ist auch am Start. Dribbling sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber da ist sozusagen dieses kleine Minus. Dieser kleine Minuspunkt. Warum hat Z-Helö hat denn nur 80 Ruhe? Warum hat er nur 80 Ruhe? Gib ihm doch mindestens 89 Richtung 90 Ruhe. Damit es angepasst ist an die Karten, die wir bis jetzt aktuell auch draußen haben. Wir können es nachher noch mit Sané kurz vergleichen. Aber, ja, sonst würde ich sagen, die Stats, bis auf den Ruhe-Stats, sehr, sehr sympathisch. 94 Ausdauer noch mit am Start. Da kann man nicht meckern. Ja, und man kann vor allen Dingen nicht meckern, weil er zum einen auch noch Flair und Außenrissschutz mitbringt. Und, jetzt kommt das große Ganze, es ist nur ein Segment zum Abgeben. Und das ist ein 85er mit dem Team of the Week oder Team of the Season. Das heißt, wenn er im Laufe des Grindens, im Laufe des Craftens diese Woche ein High-Rated-Duplikat-Team of the Season zieht, dann kommt er hier rein. Und dann müsste er noch, ja, den Rest abgeben. 85er hochpushen, das Rating. Und dann ist das Ganze ready, steady. Also, sehr, sehr einfach, wie ich finde. Eine Woche da. Ich finde, auch hier preis-leistungsmäßig kann man definitiv nicht meckern. Was sind das? 50.000 Münzen vielleicht? Top-Geschichte. Ja, Top-Geschichte, wie ich finde. Top-Preis. Und da gucken wir auf jeden Fall gleich on Detail nochmal bei Footbin auf diese Griffo-Karte, die jetzt neu am Start ist. Ja, dann gehen wir in den Shop. Und wie eben angekündigt, Freunde, haben wir unter anderem heute wieder am Start, alle zwei Tage, das 10-Münzen-Pack. Ja, und das bitte auch nicht vergessen. 10-Münzen-Energizer-Pack, wie es so schön heißt. Das werden wir jetzt öffnen. Für 10 Münzen bekommen wir da die Spieler zurück. Und, ja, es kann, wenn ihr Glück habt, natürlich zum einen SPC-Fooder sein, High-Rated. Und zum anderen natürlich Team of the Season. Also, da habe ich schon einige gelesen von euch in den Kommentaren, die richtig gute Puls aus dem 10 Münzen-Pack gezogen haben. Bei mir ist es jetzt leider nicht der Fall gewesen. Genau, aber sonst brauchen wir auch die Pro-Packs nicht weiter Rücksicht nehmen. Nehmen wir doch das Prübel-Pack mit. Da auch die kurze Erinnerung. Was haben wir da heute am Start? Wieder Position-Modifikatoren. Wie sieht es da aus? LaFont, Zinschenko, Hunter ist mit am Start. Ja, da kriegen wir die Coins aber definitiv nicht raus. Und dann gehen wir jetzt mal auf die Suche. Ja, zum einen erstmal hier auf das 81-Zweier-Pack aus der Anmelde-Upgrade. Komm, gib uns ein bisschen was an Futter. Brasilien haben wir schon gesehen. Paulista und Toulouseau. Okay, okay, okay. Nehmen wir rein in den Verein. Zumindest kein Duplikat. Und dann das erste Saudi-Totspac. Oh, ich bin gespannt, Freunde. Stellt euch vor, da jetzt ein CR7. Das wäre maximal geil. Wo ist es am Start? Ist es jetzt hier gerade nicht an der Konsole gewesen? Seht das gerade richtig, dass wir in die Web-App dafür gehen müssen? Yay. Bitte, macht nicht den Move. Oh, das ist echt ärgerlich. Das ist doch ärgerlich. Come on! Freunde. Okay, dann gehen wir erstmal zum nächsten Step. Und das heißt, wir gehen zu Futbin. Das ist aktualisiert. Also, Griffo schauen wir uns an. Ronaldo wollen wir gleich ziehen. Und die Frage, die vielleicht ihr euch auch stellt, wen können wir denn jetzt eigentlich daraus ziehen? Also, zum einen, Higalho, Ronaldo, Romarinho, Tom Bhakti, Higasi, dann Marcelo Grohe. Dann haben wir hier diesen rechten Flügel. Fusair. Und da drunter ist Taliska. Und da drunter ist Taliska. Also, hier nochmal für euch die neuen Spieler. Wir können also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, Taliska, Romarinho, Higalho, Fusair, Tum Bhakti, Gingasi, Grohe und CR7 als Tots Moments. Das sind die, die wir eben daraus ziehen können. Das für euch nochmal kurz zur Erinnerung. Und dann gehen wir mal zu Griffo. Der hat zu der 88er-Grading-Karte plus in Pace, 6 Schuss, 3 passen. War schon sehr, sehr gut vorher dabei. 3 Dribbling, 29 Dev. Guck mal, die pushen so dieses Dev, ja. Gib ihm doch einfach auf Composure mehr als 3. Ah, von 77 einfach hochgepusht auf nur die 80. Naja, 14 Physis auf jeden Fall auf dem Start. Also, ihr seht, da sind wirklich massive Boosts teilweise vergeben worden. Und eben die 4 Sterne, 4 Sterne. Zur Erinnerung, er hatte vorher 6 Sterne insgesamt. Oder 7 Sterne, stimmt. Der hatte, der hatte, der hatte, der hatte ja nicht viel. Ja, hier hatte er doch 4 Sterne, 2 Sterne. So, 7 Sterne hatte der bei der 88er. Und jetzt bei der Tots eben 4 Star. 4 Star, mehr Positionen. Und wir können gerade nochmal gucken. 4 Trades hier. Trade-mäßig hatte der, hatte der die schon immer auf der Base-Karte. Gucken wir mal drauf. Outside Foot und Flair. Ja, also dementsprechend auf jeden Fall ein verdienter Team auf der Season. 55.000 Münzen soll er kosten. Ich denke, da spreche ich für uns alle, dass die SPC auf jeden Fall gut gepreist ist. Und dann gehen wir mal kurz in den Vergleich. Denn wir haben natürlich auch eine günstige Karte. LM. Ja, ist jetzt nicht direkt zu vergleichen. Aber auf der linken Seite ebenfalls 4 Sterne, 4 Sterne. Bundesliga Sané ist jetzt sogar auf dem gleichen Preis. War noch eben bei über 60.000 Münzen. Okay, ist jetzt tatsächlich ähnlich. Und bringt zum einen auch Pace mit. 93, Pace zu 95. Schuss ist fast ähnlich. Passend ist auch sehr, sehr ähnlich. Dribbling ist identisch. Haben wir auch beide auf 92. Def hat definitiv einen Griff um mehr. Klar, kann auch linker Außenverteidiger spielen. Deshalb unter anderem der Def und Physis Boost auch. Und dementsprechend auch mehr Physis am Start. Also ich würde sagen, dadurch, dass es einfach so ein Allrounder-Schienenspieler ist und sogar die ZOM-Position auch inne hat, ja, kannst du diese SPC oder musst du diese SPC eigentlich machen. Im Laufe einer Woche, Freunde. Wir haben jetzt Dienstag. Der ist bis nächste Woche Dienstag auch am Start. Also da kannst du nichts mit falsch machen, diese Griffo-Karte mal mitzunehmen. Und dann kommt das Serie A-Tots mit den Italienern das Ganze noch linken. Also ich glaube, da spricht überhaupt gar nichts gegen. Wirklich eine Top-Geschichte. Eine Top-SPC. Und dann sind wir bei der Roche-SPC. Die kommt auch sehr, sehr gut hier an. Ist bei 30k, Freunde. 33.000 Münzen. Also, da werden wir jetzt weitermachen, Freunde. Erst in die Web-App bei mir und dann rein in die Packs von den anderen. Let's go! So, Freunde. Da ist es am Start. Das Rochen-Saudi-League-Tots-Spieler-Pack Nummer 1 auf der Road to Glory. Wen können wir ziehen? Wir machen es auf in 3, in 2, in 1. Und Abfahrt. Let's go! Komm, yay! Oh! Marcelo Grohe. 88er Team of the Season. Der wird sehr, sehr wahrscheinlich morgen einfach in der garantierten Bundesliga-Tots-SPC verschwinden. Seien wir ehrlich, Freunde. Marcel Grohe. Wir können gerade nochmal gucken. Vielleicht, wenn es uns interessiert. Was ist der aktuelle Preis, die am Start 15.000 Münzen zu erwarten. Zu erwarten. Rein in den Verein und rein in die nächsten Packs. Let's go! Und da geht es auch schon weiter. Nächste Saudi-League-Tots-Spieler-Pack. Komm, yay! Let's go! Gib uns den... Oh, das Geile ist auch natürlich, dass es keinen zweiten Tots-Moment gibt. Das heißt, wenn es ein Tots-Moment wird, dann weißt du direkt Bescheid. Und umgekehrt, wenn es ein Tots wird, weißt du direkt Bescheid. Es wird kein CR7. Higazi wird jetzt hier der nächste 88er. Joa. Der andere Innenverteidiger wäre nicer gewesen. Gehen wir rein ins nächste. Die Chance ist aber da, für 30k zumindest dann einzuziehen, der CR7 heißt. Also insofern rein ins nächste Pack. Und das nächste Pack ist am Start. Es wird wieder der Tots. Es wird Brasilien. Es wird Torwart. Und es wird wie bei mir ein Marcelo Grohe. Ja, Freunde. Die Frage, wie lange gibt die Jagd bis nach CR7? Mal schauen. Nächstes Pack und let's go. Dann schauen wir doch mal in das insgesamt dritte Community-Pack. Mit mir insgesamt vierte Pack, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Saudi-Tots-Pack. Gönnt. Tots-Moments. Da ihnen wieder der Tots. Und diesmal Brasilien. Es ist wieder der Torwart. Ich glaube, das ist der meistgezogene, den wir, glaube ich, daraus jetzt ziehen. Stell dir mal vor, Taliska wäre natürlich auch Big oder Romarinho. Ja. Beides Brasilianer. Aber nein, wir kriegen bis jetzt immer nur den Torhüter. EA, das kann sich gerne ändern. Und das nächste Pack. Saudi-Tots-Pack. Ihr zählt hoffentlich mit, Freunde. Es wird... Ah, da wissen wir direkt Bescheid. Bei der Flagge wissen wir direkt Bescheid. Ich dachte, es kommt wieder Brasilien. Innenverteidiger EGASI zum zweiten Mal. Ah, come on, ey. Und den hat er sogar auch schon. Im Craften. Ja, da kannst du direkt wieder... Kannst du jetzt direkt in Griffo packen. Und das nächste Pack steht an. Und der nächste Tots mit Brasilien. ZOM. Es ist wieder Torwart. Komm. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, das sind doch die zwei... Das sind doch die zwei anderen Brasilianer, oder? Romarinho. Ja. Tatsache. Ey, Freunde. Wenn das verbuggt ist, ne? Und wir nochmal ein Pack kriegen, hätte ich nichts gegen. Aber rein ins nächste. So, Freunde. Nächstes Pack. Gerade hat einer tatsächlich Parallele, wo wir Grohl gezogen haben. Auch sein Pack geöffnet. Dachte, er wäre am Start gewesen. Ne, hatten wir noch nicht quasi ihn übertragen. Er hat aber auch Grohl gezogen. Also zu einem Pack kommt jetzt quasi noch auf Top. Ist nicht dabei jetzt gewesen. Da haben wir auch Grohl drin gehabt. Bis jetzt nur Grohl und Hega... Das ist doch verarsche, Freunde. Das ist doch absolute Verarsche. Oh, Arsche. Hegazi und Grohl waren bis jetzt die einzigen, die wir hier hatten. Warte mal, warte mal, Freunde. Das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich nehme euch mal gerade mit. Grohl zieht jeder. Hegazi zieht jeder. Tom Bakti, Fosuaya, Igalo, Romarinho, Talisco. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Komm, Freunde. Vielleicht noch ein Pack. Das kann nicht wahr sein. Garantiertes Grohl-Pack oder Hegazi-Pack. So ein Ding ist das. So, Freunde. Last but not least. Jetzt aber. Es wird kein Tots mehr bei uns. Es... Geh mir doch weg. Geh mir doch weg. Ich kann nicht mehr, Freunde. Wirklich. Geh mir doch weg. Das ganze Tots. Es könnte so viele sein. Wir ziehen die ganze Zeit nur Hegazi oder in Torwart. Die ganze Zeit im Wechsel. Ey, geh mir doch weg, Freunde. Das kannst du doch keinem erzählen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wen ihr in eurem Pack hattet. Schreibt mir das mal unter der Community gerne rein in die Kommentare. Bin gespannt, ob ihr Lack hattet zum einen, ob ihr CR7 hattet. Oder irgendeinen anderen außer Hegazi und den Torhüter. Weil alles andere außer Hegazi und Torhüter würde mich definitiv schon wundern. Tja, Freunde. Und das soll es gewesen sein. Mit den garantierten Packs aus dem Saudi-League Team of the Season. Falls ihr es von gestern noch nicht gesehen habt, Freunde. Da haben wir ganz viele 81x11er-Bundesliga-Packs gemacht. Und unter anderem die Premium-Bundesliga. Die normalen Premium-Upgrades. Geht da gerne rein, falls ihr es verpasst habt. Sorry, ich bin gegen das Brügel gekommen. Checkt das gerne ab. Jetzt hier am E-Hoten. Und lasst auch da gerne Liebe da. Bis morgen, Freunde. Auf euren entspannten Abend. Und haut da rein. Ciao, ciao. Ciao.